Und abschließend im Preis der AFP Andreas Fettchenauer Pferdesport GmbH sowie in der Qualifikation zur AFP Junior Future Tour 2013-2015 die von G279 Carlo Colucci und Maxi Hilmer-Roschab, Rhein-Fallenstech-Liemenz Guter Hinweis Und abschließend noch einmal eine schnappunktfreie Runde für Carlo Colucci und Maxi Hilmer-Roschab 58,38 Sekunden und das ist damit Rang 2 für die beiden Die Fertigte des Haftes gescheferts Vielen Dank.